Intro Hallo Leute, willkommen zum Channel nächsten Aufnahmen von LPC Mit Cassie Hallöchen Hallöchen, oh, Loot ohne Ende Ist es Weihnachten? Nein, es ist nicht Weihnachten Ja, ähm, erstmal frohen... nein, ich war's Ne, wenn wir das jetzt machen, bei uns ist gerade Nikolaus, deswegen also heute ist Sonntag Aber wir werden es wahrscheinlich zu Weihnachten sehen Ja, wahrscheinlich Also das gerne frohe Weihnachten und nein Du bist Frohe Weihnachten Ich weiß gar nicht, wo wir dran stehen geblieben sind Äh, wo wir stehen geblieben sind Äh, ich mach jetzt La... Ausweiter Die Zedizia immer Fliezer Lecker Ja, du leckst wie ein Stück Scheißen Nicht mehr, immer noch Immer noch nicht Scheißen Ja, ganz ganz doll LOL, ich hab eiskalt so schnell gegessen Achso, ich hab geleckt Hilfe... Was hast du gegessen? Ja, drück mal Tappel Wuhuuu Jaaaa, geil Jaaaa Er mit seiner 100k-Leitung Und ich mit meiner 1k-Leitung Das heißt, 1k reicht völlig aus Hehehe Ne, das liegt dafür bei einer Wartel Das denk ich mir auch wirklich Ein bisschen liegt zu wirklich, alter Scheiße Scheißen heißt das, wenn denn, ja? Scheißen Warum kommst du eigentlich nie in einer Woche und passieren? Ach, fehlt so viel Schule, Schule ist scheiße Sackle Schule, hallo, das ist gut für dein Gehirn Oder auch nicht Wer denkt vielleicht? Ne, deine Dummheit muss geerdigt werden Nein, geerdigt Das geerdigt, okay Geerdigt Geerdigt Ich gut Deutschkant Komm, wir machen was Äh, naja, so ne schöne Sache Oha Nice, du hast Guck mal auf Tab Ja Geil ein Screenshot machen Deck mich Lol Oh cool, danke Bitte Nein Nein Ach, das ist das Nether-Portal Ach, das ist das Nether-Portal Ach, das ist das Nether-Portal Ach stimmt, ich hab mir ja in der letzten Folge Ich hab mir ja in der letzten Folge meinen Keller gemacht Kann das mal auf Tab Tab irritiert mich grad ein bisschen Ich weiß nicht warum, aber es irritiert mich Lol Auf jeden Fall ist Heiland es faul Wer ist faul oder wer ist faul? Lol Du hast ihn lenkt ein bisschen Ja, komm auf Tab Nein Ja 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 Wir machen ein Tab-Gewinnspiel Alter Scheiße Drück mich auf Tab Ja 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 Was für ne Verzückerung Help me not 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 Ich kann nicht schreiben Ich kann nicht sch- Not wohl Ne, man sieht's Nicht schreiben Oh ja Doch Es gibt's da wohl nicht Alter Ich weiß nicht, wie ich's hinstellen soll So Ich weiß, man kann's auch aus der Wasserquelle nehmen Lecker ich mehr Lecker Pasi is'n lecker Ja Na Pasi, wie ist es denn mit einer 1K Leitung Nein Nicht auf Tab drücken Lol Also, bedeutend besser Letzter Zeit nicht Nein Die Slips backen bei mir mal Lol, jetzt ist alles blockvoll Ich glaub der Server spack grad Ne, das ist nicht mein Server Mein Server ist the best Nein Niemal Wenn ihr auch mal drauf wollt Nein, krass Naja, die IP ist eigentlich die gleiche, also Ja, aber White List ist drauf, ne Doch Nein Wir werden Na vielleicht, schreibt's in die Kommentare, ob ihr mal Gast hier sein wollt Nein, nein, nein Vielleicht vielleicht, keine Ahnung Genau, Genius Apfelmus Uff Was Was willst du denn heute noch machen alles? Erzähl's mir Äh, ich mach heute noch das Lagerhaus weiter Ja, du wolltest doch, äh, erzähl mal alles, was du mal aufgeschrieben hast, was du machen willst Das hab ich schon in einer letzten Folge erzählt Ja, aber das haben sie schon alle wieder vergessen Es ist noch gar nicht draußen Es ist noch gar nicht draußen, also Jetzt zur Zeit Egal Alles zu kompliziert Erzähl bitte nochmal Erzähl bitte nochmal Erzähl bitte nochmal Darf ich dir beim Aushören helfen? Ja Ohne TNT Oh 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 Ich zeig dir mal den Krater ein Wie doll muss ich alles ausmeinen Ähm, halt warte, ich mach mal so ein Muster Ja, ich muss mal meine Pickaxe entschaden Kann ich mal irgendwo den Level 30er endlich mal aufstellen? Äh, noch nicht leider, noch nicht bald Dau nicht mal lange Warte, 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 warte Und jetzt hier oben noch alles aus Was ist da? So, passt die Deck gerade ein bisschen, er hat Spaß da dran Hier Nein Ja, lecker Ja, das Jetzt geht's Also so halt, in die Richtung genauso Okay, dann lass mich mal Okay, viel Spaß Danke, wie weit? Keine Ahnung, so... 50, 100, keine Ahnung, 50... Was? Bist du behindert? Bist du behindert? Ja Ja, ach nee Was fragst du? Ja, sorry Ja, das könnte ein bisschen dauern, ich weiß Wir kümmern uns jetzt mal... Nein! Ich hasse Kies! Weil Kies ist echt scheiße Scheiße Dein Echo ist auch scheißen Wieso... Verleckt? Geht Es bringt Spaß Gebt ein Like, wenn ihm möglich, dass man sie leckt Und dass er weitermachen soll Er hört mich ja, nein er hört mich ja Oh Gott Mütig mich kurz Na schaass Was? 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 Scheiße, du guck die Wand an! Nö, mach ich gerne! Nein, ich glaube nicht... nicht... time out... Oh Gott Was? Was? Doch! Also, nein, er hat mich nicht... Doch, okay Viel Spaß! Jetzt geht's wieder einigermaßen So, reicht das jetzt noch hier oben oder noch irgendwo? Na, viel weiter um die Richtung hin... Ja, aber nein, wo? Zeichne nochmal das Muster ein oder setze mal Cobblestone hin, wo noch was fehlt Muss das hier voll, also das hier so sein? Das hier los, genau! Und das da oben... Genau so! Ach, Dreck! Nein! Nein, nein, einfach so lassen! So, alles genau so in die Richtung! Eieieiei! Lassen wir mal eine kleine Aufgabe! Danke! Sehr schön! Vielleicht machen wir das so? Ich kann's hier mal... Kann's hier mal... Kann's hier mal das Muster weiterführen! Und der Fackel am besten! Mach ich gleich! Worte! Ne, ich meine Zuschauer sehen grad gar nichts! Okay, das ist echt eine Mutilität! So... So... Oder ich hab den auch... Ich kann... ich kann... ich geb dir jetzt mal ne Aufgabe... Grab dich mal in so ein Zweifeldmuster, guck mal! In so ein Zweifeldmuster, so weit nach hinten, wie es sein soll! Mach ich gleich! Worte! Okay, aber... Mach erst mal gleich die Fackeln dahin! Mach ich gleich! So viele Aufgaben, ne? Pass, pass! Wie bitte? Hast du noch Eisen gleich für ne bessere Spitzsacke? Äh, für ne Spitzsacke? Weil meine Deer Pickaxe ist gleich Schrott! Ich hab noch eine, aber die ist Glück! Ah! Wir müssen mal umbilden! Also Eisen hätt ich! So, warte! Ja, wie viel? Ich hab gar nichts mehr! Ich hab noch elf oder ne fünf! Ich hab doch bestimmt... Worte, ich bekomme... Wie viel brauchst du? Weiß ich nicht! Sag mir mal drei... Drei Eisenspitzacken und dreh mir mal die Enchanter mit! Äh! Warte, ich hab hier jetzt das Eisen hingepackt! So... Also wie viel... Ja, ich mach mal rein! Ähm... Ging das so? Das ist doch ne schöne Aufgabe! Ist doch richtig entspannte Musik hinter dem... Reichen zwei? Ja, bring aber den Enchanter mit! Ich möchte Enchanter mit! Ich möchte Enchanter mit! Ja, ich möchte Enchanter mit! Dann sind der... Ah, in der in der... In... 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 Ohne Bücherregale, ja? Ja! Kann ich auch... Hast du Lapis? Ich hab nicht... Mein Mentor sehfisch... Achso... Ja, dann geh mal... Nimm Lapis auch mit! Ja, du hast ihn eben runtergegangen... Ich stell dir jetzt erstmal vor, wieso... Ich kann eigentlich ja abholen... Wir lassen das einfach nur so... Nein! Nimm ihn einfach mit! Ich möchte ihn bauen sowieso gleich wieder! Nimm ihn einfach mit! Warte, ich würde hier... Bitte, bitte! Legt hinter dir die Spitze! Ich wollt's an den Lapis! Hinter mir? Oder? Hä? Ah, ich hab sie aufgesammelt! Thanks! Lapis brauchen ihn noch! Ich komm, komm! Das ist hier selber fackeln! Legt da! Legt nicht da! Legt jetzt da! Und machen wir das so? Effizienz... Und... Effizienz und Haltbarkeit nahe ist... Nein, der kann ja erstmal stehen bleiben! Ja, das ist... Wir können ja zwei eigentlich machen! Jetzt ist, glaub ich, so schnell wie ne Dierspitzhacke, oder? Ja, meine... Eisenspitzhacke mit Effizienz 1 ist genauso schnell wie ne Dierspitzhacke normal! Okay, interessant! Interessant! Jetzt grab dich mal so weit nach hinten, wie es zu sein soll, soweit! Okay! In so'n Zweifeldmuster, genau! Eisen! Hm! Ja, du findest natürlich das wahrlassen, ne? Ich nehm's auch nicht mit! Echt, das kann ich jetzt echt schlecht abschätzen! Ich mach jetzt nur erstmal so weit wie ich so denke! Ja, denk mal schön! Kannst du überhaupt denken? Nimm das Eisen ruhig mit! Ja! Nimm das Eisen ruhig mit! Ich schon! Ich brauch das! Okay! Alter übertreib dein Leben! Wie weit noch? Ähm... Na kurz! Ah ja, das muss ich abmeinen! Er sollte erstmal reichen, so ist eigentlich hier gut! So ist eigentlich hier gut! Oh mein Bildschirmschoner schalte sich ab! Und wieder! Ja, schon wieder! So, ähm... Da sind wir immer unter Aufnahmen! Ja! Oft, ne? Kuhmilch! 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 Hm, lecker! Na gut! Ja, ja! Äh! Kannst du die Vorken ruhig weg platzieren, also anders weg platzieren, ne? Ja, ich weiß eh noch nicht, mich am besten! Auch nicht, ich hasse Kies! Ja, übertreib dein Leben, Kies! Übertreib dein Leben, Kies! Bin fertig, ne? Ich glaub noch ne Schicht, ne? Wahrscheinlich! Keine Ahnung! Man kann es nicht als aufs Dritt bestehen, das wäre viel besser! Also hier, so länglich soll das Sortiersystem hin, ne? Genau! Soll natürlich noch ein bisschen länger wahrscheinlich werden! Hm, nein! Weiß gar nicht, ob... Ja, wir müssten... Wir müssten jetzt dann auf einer Seite... Hm... Ich warte mal so ab hier jetzt... Wollen wir mal... Nein, wir sind oben angelangt! Die Höhe, die du abgemacht hast, die... Wir sind oben angelangt, komm mal her! Was? Guck mal! Wir müssen sogar noch ein höher! Und wir sind schon oben am Rasen angekommen! Guck! Guck nach oben! Ach du, warte mal, warte mal, warte mal! Mach du mal zu! Wir müssen nämlich noch ne Schicht höher! Das ist das Ding! Ähm, das ist, glaub ich, nur ein Creeper-Loch, oder? Ne, das sind... Was? Das ist eigentlich... Das kann man dann mal... Das sind nur unsere Creeper-Löcher, glaub ich! Das kann man dann stoppen! Mach erst mal ein bisschen weiter so! Nein, ich hab keine Schaufel mehr! Ich möchte jetzt die... Diamantschaufel kriegen! Ich hab noch! Ich hab noch! Ich hab... Nein! Ja, ich bin schon weggegangen! Und die müsste eigentlich noch gehen! Ja, die geht! Und dann kann ich noch ne Eisen... Peace-Hacker-Manns! Ich weiß, es heißt nicht Peace-Hacker-Manns! Ich weiß, es heißt nicht Peace-Hacker-Manns! Passiste und was? Okay, wir sind wieder schon bei 50 Minuten angekommen! Echt schlimm! Seht viel zu schnell! Alter! Was war das denn? 15 Minuten ist einfach so futsch! Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, ich würd's nicht sagen, weil ich hab keinen Bock jetzt schon wieder aufzuhören! Ich glaube, schreibts jetzt wieder in die Kommentare mal, dass, ähm, ob wir das Farm-Innenspiel machen sollen, äh, auch, äh, ähm, off-stream, oder im Stream, also im Stream machen, weil da... Äh, sind die Folge! Nein, im Stream! Tweet! Bitch! Achso! Ja, das ist natürlich nicht schlecht! Ja, und wenn ihr nicht einschaltet, habt ihr fast verpasst! Da habt ihr richtig, genau! Ja! Bitte dämlich! Nein! Spar! Na ja, okay! Pasti, kennst du dich mit Twitch überhaupt aus, weil ich weiß gar nicht, wie man da die Operatorrechte vergibt und alles mögliche, ja, ich weiß gar nichts! Ähm, mehr oder weniger, ich wär auch heut mal irgendwann mal ein Last-Klima, wenn ich den Oberhundert Akkus habe, äh, äh! Ja, und denn das Projekt? Genau, darf man dann auch ein Projekt und eine Stunde, zwei Stunden machen? Naja, die Nacht durch, äh... Ah, ich würd, ne, du kannst gar nicht streamen, wie denn, Alter, mit deiner Internetverbindung? Bei meiner Oma? Ach, stimmt, die hält das aus, ne? Also meine Oma hält das aus, ja, ja! Hä, das ist doch kein Creeper! Äh, ja, okay, ja! Ah, doch, doch, doch! Ja? Na, hätt ich Dirt! Doch, ich hab ja Dirt! Da wirkst ja, dann mach ich das! Ich hab auch Dirt, wenn du was willst! Mach ich das so? Also machen wir jetzt einen XXL-Valk oder streamst du gerade? Ich weiß es ja nicht! Äh, ich streame nicht! Ich hab gesagt, Freitags! Na, wenn ihr das wollt! Also... Ne, ich glaub, wir machen mal heute... Na, obwohl... Ne, ich glaub, wir machen nächste Folge! Ja, das dauert lange zu ändern und so alles! Bis zum nächsten Mal und ciao! Tschüss!